Ich hab'n Spawn-Biegen gesetzt, ihr könnt in die Base reinspringen. Ein größeres Magazin. Nein, das... Ganz, 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 ganz viele. So viele, fast schon. Oh, ich hab' fast... Ich hab' kein Leben mehr. Ich zieh' hier noch mal. Naja, ich bin reingerannt und hab' vier von denen getötet oder das so. Die Base-Wall-Fighter-Arbeit ist so schlimm. Ah, Mann! Ja, das sind ein paar viele. Jaja, die haben so richtig Damage hier. Die hacken... Die wollen's jetzt wissen. Wo falsch stehen die verdammt gut. Jupp. Also der Susan Scott, der weiß, was das tut. Und ich seh' noch doppelt so viele wie die. Ja, okay, ich nehm' alles zurück mit einer... Mit doppelt so vielen Leuten kann ich das auch. Wir sind ja nur vier oder fünf, Mann. Das ist das Problem. Nein, wir sind inzwischen schon einige mehr. Aber die sind einfach... Aber jetzt muss man auf die Map gucken. Wie... Wie die uns umgangen haben. Wir sind die einzigste, wo so weit vorgeschoben ist, Base noch. Ist ja klar, dass wir jetzt dran sind. Ja, weil wir stundenlang hier die Stellung gehalten haben. Ja. Aber hier mach' ich einfach keine Kills, die sind zu krass hier. Nee. Wir müssen irgendwie... Ja, wir kommen aber von anderen Seiten nicht ran. Du kannst machen, was du willst. Wir kommen hier nicht. Wir können keinen Sanddier ziehen. Nix. Der einzigste Weg ist, über die Barrikaden zu springen. Aber da warten sie schon auf uns. Nein! Jetzt habe ich ne Flashback ums Eck und dann schießen sich die Verbindeten von innen um. Ah! Deine Zeit. Ah. Schöne Sache. Was soll ich denn für ein Attachment bei Baronen drauf tun? Ich hab'n Spawn-Biegen gesetzt, der könnte in die Base reinspringen. Begrößert das Magazin? Nein, das... Wir wollen wegen nicht schon mehr. Oder so. Müsste das geben, oder? Ja, weiter das Magazin halt. Ja. Boah. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Wir haben jetzt geschafft, im Ruck-Zuck meine Ding wegzumachen, meine positive Garde. Ja, bei mir auch. Aber ich hol mir die grad wieder, weil ich hab ne Taktik entwickelt, die man die kriegt. Du musst einfach nur über den Berg fliegen. Er fuhr nur rechts von dir. Mach den weg, der ist fast tot. Was verstehst du dann rechts von dir nicht? Boah, Alter, wie viel da drinstehen. Ich hab' jetzt nicht so schnell gucken können. Du warst jetzt fokussiert, in den Raum reinzugehen, wo 10 Heavys an der Tür stehen. Ja, ich hab's gemerkt. Das war kein Heavy, das waren irgendwie die Leiche drin. Das stehen aber 10 Heavys an der Tür. Ja. 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 Ja, die stehen zu gut. Ja, die stehen zu gut. Ach, Kill Assist. Nein, noch nicht. Ey, wir sind da bei A. Ich? Ja, ich mach hier gerade C4. Spaß hier. zwei sekunden eine sekunde ich bin gerade rausgekommen jetzt bin ich negativ sogar geworden bio lab noch ein bisschen und dann beende ich auch die aufnahme ja in der beförderung 29 prozent alter wir haben ja kaum gebiete mehr lohnt sich ja keine leute beide sich lohnt sich ach du scheiße also nicht durch den teleporter gehen der ist ganz nicht immer noch die ganzen überlebenden weg tatsache weil ich kipp dir mal liter masse sporn bieten du weißt dass ein sporn bieten automatisch mit ein automatisches himmelfahrtskommando ist ist mir egal macht sporn b und den nächsten gekehrt ok ich probiere es jetzt jetzt haben sie sporn bieten und sie empfangen euch schon das habe ich gemeint mit himmelfahrtskommando habe ihn das ist der markus ist gut das sind auch wer passt auf den stein ist ja noch welche granate tot ich weiß nicht was mich jetzt so geholt ich habe nicht mal gesehen ich lebe einfach immer noch ihr seid einfach opfer control alter ist einfach wach wie der boss persönlich also ich würde jetzt theoretisch sage ich selbst euch ein neues bomb wiegt da aber kann ich nicht mal eben muss ja abwarten ab kühlt heimer ich werde theoretische wieder position als das letzte oh man es hat man gerade die versaut jetzt schon wieder alle anderen also du bist gar kein truppführer mehr bin und schon wieder tot ich habe gerade den der napunkt hier wieder wo es ist wie ich gestorben weil ich die treppe runtergesprungen bin jawohl jetzt habe ich einer gefunden marcus hinter dir was aufgeräten spion jetzt habe ich geförter ist aber schlecht alle anderen gewollt wo seid ihr rasch nur da oben oder als ich glaube jetzt könnten wir mit panzern durchbrechen wollen wir es probieren also entweder wir ziehen der helipad harris an versuchen durchs gelände uns vorteil zu holen wir ziehen alle nein ich ziehe mir im panzer wir versuchen alle lightnings oder wir holen santi mit ich habe ein lightning da machen wir lightning destroy squad panzerbrecher oder oder soll ich was gegen infanterie lehren ich habe infanterie glaube ich dann nehme ich panzerbrecher gut höh du hast eine leichte ach so stimmt ja du bist aber dumm ach so direkt vor mir steht ein sandi ja ich zerleg die kraft mit dir habe ich jetzt wär's nur gut wenn du hinter mir wegfahren würdest ja wär's nur gut wenn du hinter mir wegfahren würdest jetzt wär's nur gut wenn du danke jetzt wär's nur gut wenn du dich nicht wieder quält hinter mich auf die straße stellen würdest name gilt für markus ich bin grad hoch gekommen ich mach wenn ihr hier kindergarten spielt wir kommen jetzt im rollen sie jetzt von hinten hier auf gut sind weg das ist auf jeden fall die straße links auch im auge behalten die sind voll ab ja ich schießt mit auf dem plan über uns ist über uns ist alle sollen abgüttet der leitung er hat auch ab die haben keinen bock auf uns aber ich habe bock auf die also let's go oh 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 bossy oh nein ich musste kein reload die hätte ich so geholt okay der hier vorne spielt schutzschild für mich dann häng ich nicht dran vorsicht brawler oh oh alter wie können die mich verfolgen scheiß vulkangeschütz nice da oben ist noch was ja das ist ein lightning hmm lightning hmm lightning hmm lightning wer fährt dann doch gegen mich Bis zum nächsten Mal.